Ach ist das süß, also hier gibt es ja wirklich alles für die ganz ganz Kleinen. Was ist denn ihr Messer-Highlight? Also das ist jetzt unsere Linie Bruno, der Bär, mit seinem Freund Semmy, der Sägefisch. Und dieses Tier ist jetzt speziell für den Maxi-Cosi konzipiert, also man macht diese beiden Teile sind mit Klett verbunden. Also das ist der Arm quasi. Genau, der Arm und der Fuß, also man kann es auch aufmachen, dann ist es ein ganz normales Spieltier. Und dann kann man den Klettverschluss zusammenkletten. Und dann hängt es praktisch mit seiner Schlafmütze über dem Babyautositz. Und hier kann man auch mit dem Fisch spielen, das ist ja auch süß. Also gerade diese verlängerten Ärmchen, die sind ja sehr populär bei Ihnen in der Firma. Aber wir haben hier ja auch noch viele tolle andere Sachen, dieses Äffchen, das ist ja auch süß. Das ist tatsächlich ein Schaf. Ein Schaf? Das finde ich... Das ist nicht schlimm, das passiert einigen unserer Kunden auch, aber egal. Das ist unser Kuschelschäfchen, das hält den ganzen Tag die Decke fest, bis das Kind abends wieder kommt. Man kann das Kind sich mit der Decke zudecken und mit dem Schaf kuscheln. Das ist wirklich herzallerliebst. Das muss man an der Stelle ganz klar so sagen. Jetzt sind Sie ja vom Design. Wie ist es denn? Also wie lange braucht denn sowas, um so einen süßen kleinen Teddybär zu kreieren? Das kann man eigentlich zeitlich nicht festmachen. Manchmal ist es einfach so, dass man beim Spazierengehen auf eine Idee kommt oder man sitzt tagelang im Büro oder man zeichnet einfach vor sich hin. Man kann es nicht direkt festmachen oder man schaut mal, was andere haben oder man liest Bücher. In Wahrheit kommt die Idee einfach meistens und ist da. Und dann zeichnet man und zeichnet man und während dem Zeichnen kommen immer noch mehr Ideen, noch mehr Ideen, entsteht das Gesicht. Also es ist ein Prozess, den man schlecht beschreiben kann, aber jeder Designer macht das auch anders und bekommt andere Ideen. Also wirklich ganz süß. Ganz, ganz süß. Freut mich sehr. Vielen herzlichen Dank für das schöne Interview. Danke.